Herzlich willkommen auf dem neuen Facebook-Auftritt von WIGI. Ich bin Jacqueline Klehmann und seit kurzem die neue Leiterin der Geschäftsstelle. Auf dieser Seite wollen wir nicht nur mit unseren Mitgliedern in einen Austausch treten, sondern auch alle Interessierten über unsere neuen Unterrichtsmaterialien und unsere speziellen Angebote rund um den Wirtschaftsunterricht informieren. Selbstverständlich wollen wir auch einen kleinen Einblick in die Welt von WIGI geben. So werden wir zum Beispiel nicht nur vom Institut für ökonomische Bildung wissenschaftlich begleitet, sondern sitzen auch in dessen Gebäude hier in der Bismarckstraße in Oldenburg. Aber schon sie selbst. Ich möchte Ihnen jetzt einen der Leiter des EUWU vorstellen, Professor Löber. Hallo, hier sind wir heute ein Veröffentlichungsvideo für unseren neuen WIGI-Auftritt. Und da sind wir vielleicht noch ein paar Worte klar. Ja, das passt sehr gut. Wir haben auch gerade einen neuen Facebook-Auftritt im EUW. Also Moin Moin an alle Facebook-User auch von WIGI. Wir freuen uns über zahlreiche Kommentare und Likes auf unserer Seite und hoffen, euch gefällt alles. Klasse, da können wir uns nur anschließen. Und auch wir wünschen euch viel Spaß im Verein und freuen uns auf ganz viele Reaktionen. seven Bis zum nächsten Mal.